Musik In der vierten Stunde am 21. Juni 1931 gab Oberbaurat Schubert das Zeichen zur Abfahrt für den Propellertriebwagen von Franz Kuckenberg. An Bord die deutschen Ingenieure Stedefeld, Lack und Kuckenberg selbst. 230 Kilometer in der Stunde zeigt das Tacho. Fast lautlos rast der Schienenzeppelin durch den Morgen. Das Ereignis wird von Presse und Rundfunk verfolgt und in alle Welt verbreitet. Musik Berlin ist fast erreicht. Auf dem Bahnhof Berlin Spandau wird der Schienenzeppelin erwartet. Da ist er. Nur eine Stunde und 38 Minuten war der Propellertriebwagen unterwegs. Aufgestellt ist ein neuer Schienenrekord mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 157 Kilometern in der Stunde. Musik Das ist ein neuer Schienenrekord mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 157 Kilometern in der Stunde. Musik Das ist ein neuer Schienenrekord mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 157 Kilometern in der Stunde. Musik